hey leute heute stellen wir das plug-in rank up vor. rank up ist ein plug-in was eure spieler mit geld in einer höheren permissions gruppe schieben kann. bedeutet dass man sich mit geld einen rang mit ingang welt einen rang kaufen kann. natürlich kann man mit dem plugin in der weg einstellen in welchen in welche gruppen man sich promoten kann also was die höheren gruppen sind wenn ihr da stehen habt dann kann man sich logischerweise auch als atme promoten lassen das war nicht so gut ja also es ist auch noch das gute dran das plan ist halt wenigstens so schlau und promotet nicht ein spieler mit geld in die atmen gruppe ja das tag gibt es auch nicht mehr mehr zu diesen planen zu sagen ich würde sagen wir installieren das plugin mal so nachdem ich das plan installiert habe bildet sich hier ein plug-in ordner also das mal so vorne weg ihr seht hier ich habe chat ex permission 6 academy rank up und vault installiert. rank up ist ja logisch vault hat für die verbindung zwischen academy. academy ist halt das gate system chat ex ist für permissions 6 und permissions ist halt das system. ich gehe mal kurz in den permissions ex ordner dort sehen wir dann welche gruppen ich da habe so dass in die permissions jml hier sehen wir ich habe eine mitglieder gruppe das ist die unterste die standard gruppe eine premium das ist der premium rang und dann ultimate ist ein bisschen höher und atmen darin sollen die spieler nicht kommen so da gehen wir wieder zurück jetzt gehen wir den rank up ordner in die config in dieser config können wir die ranks einstellen die man sich promoten kann ganz wichtig ich wusste es auch erst nicht ihr könnt es nicht nur premium und ultimate schreiben sondern müsst die anfangsgruppe schreiben sonst funktioniert aus irgendwelchen gründen nicht alle ich mache das ist mal so mitglieder die zweite gruppe ist premium premium und dann hier ob es mich verschrieben auch noch premium so und dann hier ultimate und wenn hier auch noch an reich hat dann kann sich auch noch in die atmen gruppe promoten das ist nicht so gut so ich mache das mal alles weg so die unterste linie hier auch weg ihr seht das mitglied kostet 0 euro 0 kanal was wir auf unserer währung auf jeden fall ist es egal da schreibt einfach nur hin dass die standard gruppe weil es uns halt nicht geht dann schreibt einfach nur hin so hier premium seht ihr das kostet momentan 10.000 können so frei verändern ich habe das kostet 1000 und ultimate dann kostet dann halt 3000 können wir können hier frei verändern dann könnt ihr hier noch die messages verändern um deutschen und dann könnt ihr hier unten auch noch einstellen ob es ob diese message kommen soll dass wenn es sich immer promotet hat oder gerankt habt hat oder niemand sagen will dass dann dass das alle im chat lesen können ja das war schon von dieser konflikt ich würde sagen in uns gleich irgendwie werden wir das bleiben mal testen wenn ich jetzt wenn ich mal zum test schrecken ein punkt in den chat schreibt dann sehe ich dass ich mitglied bin als die unterste gruppe und wenn ich jetzt abmach das eingeben da steht dass ich da dass ich halt premium bin die ab sofort und dann steht dafür alle noch mal dass das manu kann hat es premium ist und wenn ich jetzt was im chat schreibt sehen wir premium manu kann es hat also erfolgreich funktioniert ich muss natürlich auch den preis bezeichnen in der konflikt eingestellt haben und wenn ich das noch mal ein gibt nicht den punkt als es gleich ab dann steht dass ich jetzt erfolgreich mich zu ultimate gemacht habe und dann steht es natürlich auch wieder für alle im chat das manu dann jetzt ultimate ist und wenn ich jetzt was im chat schreiber steht der ultimate ja das war schon von diesem ingame part des plugins ich hoffe hat mich gefallen wenn es euch natürlich gefallen hat dann würde ich mich natürlich auch über ein abo und ein abo und dann würde ich mich sagen schalte haut rein